Musik Mein Name ist Tabiwa Shoshe. Ich bin Saxophanist und Musiker und lebe in Zürich. Ich habe mal Jazz studiert, habe aber auch früher als Teenie viel Neues Musik gemacht. Ich glaube, experimentelle Musik hat mich schon immer interessiert. Und was, glaube ich, alles verbindet, was ich irgendwie mache, ist das Element oder die Tradition in gewisser Weise auch der Improvisation, die Geschichte der Improvisation. Und was da auch für Haltungen darin sich widerspiegeln, sei das aus dem Free Jazz oder aus eher so Pump Noise Sounds heraus. Das ist irgendwie das, was mich interessiert oder das Experimentelle. Ja. 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 Gesser. Ja. 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 Ja.